Nämlich die Frage, möchtest du das eher so gemeinsam im Team beleuchten, wie du es gerade ausgeführt hast, oder ist es etwas, wo es sich vielleicht auszahlt, eher so in dieses Einzelgespräch hineinzugehen und zu sagen, so ein bisschen auf Ursachenforschung zu gehen, so gar nicht mit dem Zeigefinger zu sagen, du hast, du hast, sondern die Frage, wie hast du das verstanden, wie hast du das erlebt und wie war es für dich? Und da erfährst du normalerweise sehr viel und bekommst viel zurück, wo dann zum Beispiel klar wird, ja okay, mir war diese Priorität nicht bewusst und ja, deswegen haben wir einen Tag verloren, weil ich erst am späten Nachmittag verstanden habe, dass das Ding jetzt gerade das Allerwichtigste ist und hups, da war aber schon der ganze Tag fast um. Und darum haben wir da einen Tag verloren. Und sowas klärt sich dann oft vielleicht leichter, denke ich mir, in einem Einzelgespräch, weil man sich da einfach auch nicht die Blöße gibt jetzt vor dem anderen und ich meine, das ist immer ein Erfahrungsstatus und Schatz im Team, wie weit man sozusagen als Team ist und wie weit sich da die einzelnen Leute öffnen können. Also das muss natürlich auf eine gewisse Art und Weise geübt werden, dass das möglich ist. Vielleicht, wenn das Team sehr reif ist und sehr erfahren ist, vielleicht geht das auch sehr gut im Team, das ist sicher möglich, aber ich glaube, es ist immer wieder mal leichter, diese Öffnung in einem Einzelgespräch herzuführen, wo man hoffentlich schon früher eine gute Basis gelegt hat, dass das jetzt nicht das erste, oh, ich muss jetzt zum Chef, zum Rapport, das erste Mal seit einem Jahr oder überhaupt seit ich in dieser Firma bin und puh, was wird da jetzt passieren und große Nervosität auf allen Seiten. Das nächste Mal seit einem Jahr. Untertitelung des ZDF, 2020